Oh, und herzlich willkommen zurück. Wir sind in der nächsten Folge und wir machen wieder Priester. Priester. Die zweite. In der letzten Folge haben wir das Deck neu gebaut für den Priester, die erste Runde gemacht. Jetzt machen wir nochmal Priester, ne? Muss sein. Ist ja auch mal schön. Priester macht ja auch eigentlich ganz gut Spaß. Ich bin jetzt nicht ein chronischer Priester-Spieler, aber versteht schon, wie ich da meine. Oh, okay. Es geht los. So. Müssen wir uns wieder ein bisschen konzentrieren, ne? So. Gegen Nico, den Magier. Den Rang 15, Magier, den Nico, ne? Oha. Das ist immer ein kritischer Moment, da weiß ich immer nicht, ja, soll ich, soll ich nicht, aber ich sag euch eine Sache. Nicht wahrlich. Weil ich weiß, als Magier denkt man dann, oh, guck den Priester an, das war ja voll die Noob-Aktion. Aber, wenn man als Priester spielt, oder ich als Priester spiele, dann denke ich mir oft, oh man, was soll ich jetzt dagegen tun? Habe ich direkt noch das zweite raus, total blöd, aber, wer hat der hat, wer kann der kann. So. Jetzt bin ich gespannt. Drei Mana kann er nix. Das ist sehr, sehr geil, denn jetzt kann ich. Vierter Zug kommt bei ihm wahrscheinlich ein Schredder, weil das ist momentan einfach PredS, der, der Yeti ist out geworden. What? Okay. Oder ist es ein Yeti? Okay. So. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass er den ganz einfach holen kann, ne? Das ist uncool. Das ist richtig, richtig uncool. Dein Schicksal ist besiegt. Yeti Hardcore unter. Ah, egal. Wenn er mit dem Yeti auf den 3,4er geht, wird wenigstens mein 1,3er gebuft. Und ich kann vermutlich im nächsten Zug eine Karte ziehen. So was sieht gut aus. Ja, doof nur, dass ich, äh, ne? Das ist doof jetzt. Ja, egal. Ziehen wir wenigstens eine Karte. Wenn ich den Buff, weißt du, wenn der Loa-Tab nicht gekommen wäre, hätte ich wenigstens noch einen Buff machen können, aber... So ist das Leben. Ich direkt noch den zweiten rausholen. Ja, komm, ich mach es einfach mal. Nicht, dass er auf die Idee kommt, mit dem Loa-Tab den 1,4er zu holen und den Yeti leben lässt. Ah! Ich wollte doch wenigstens, dass der Yeti auch stirbt. Gut gespielt. So eine Sauerei. Da muss ich ja schon die Nova spielen, ne? So eine Sauerei. Na klar. Na klar. Spielt ihr gern mit Feuer? plus this 5 6 reicht nicht. Das Meinung ändern nicht cool, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll gerade. geht er mit dem Loa-Tab wahrscheinlich auf die, mit dem Bot auf den Bot und dann... Achtung, meine Güte. Danke. Ein Wunder, dass der noch nicht golden ist, weil so ein Deck habe ich auch auf meinem alten Account, auch mit Dr. Boom und dem und da bin ich Rang 6 oder 7 gewesen mit dem Deck. Joa, schön ist das, ne? Spielt ihr gern mit Feuer? Spielt ihr gern mit Feuer? Jetzt bin ich gespannt. Bitte überlebe! Überlebe! Junge, was ein Zug! Niko! Ich diene dem Feuerfürst! Ich diene dem Feuerfürsten! Ich rüge das Licht auf die Ich rüge das Licht auf die Ich rüge das Licht auf die Achtung! Bitteschön! Ich rüge das Licht auf die Feuerball! Feuerball! Nicht zu glauben. Das ist ein Sausack. Komm. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Ich werde es Ihnen allen zeigen. Na, also Niko. Dacht schon, du willst frech werden. So. Ui. Gedankenschlag haben wir bekommen in Golden. Führt Level ab, ne? So, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo es heiter weiter mit diesem Deck geht. Tschüss.